Hallo zu meinem neuen Design. Wieder einmal speziell Gewebeoptiken im Vordergrund. Hier sieht man ein Topic-Gewebe mit Füll- und Steppschuss beziehungsweise eine quadratische Musterung mit Schnell- und Effektkarnen. Auch sieht man verschiedene Schnell-Fäden, einen Ticker oder auch dünner. Ein im Hintergrund Strickmuster, was eben vielerlei Optiken zulässt. Ihr seht hier nur einen kleinen Teil des Entwürfes. Wie immer sind diese in X und Y rapportiert. Wer interessiert daran ist, die rapportierten Entwürfe zu sehen, möchte sich bitte bei mir unter der E-Mail-Adresse melden oder einen Kommentar zum Design hinterlegen. Ja, wie man es hier auch sieht. Es gibt vielerlei, ob in Dunkel oder Farbintensiv, auch in sehr gleichen Farbtönen, ob in hell oder in Rostrot. Der Entwurf zeigt einen bestimmten Textilien-Charakter, der auch gewünscht wird. Also, ich freue mich auf eure Kommentare, ob positiv oder negativ. Ich möchte euch einfach Anregungen geben. Dies, bis zum nächsten Mal. Ach ja, ich habe ja hier mein spezielles Thema Two Warriors Faces für euch vorbereitet. Ich werde es beim nächsten Mal euch zeigen. Ich habe eine Idee über Decken in zweierlei Designs. Also, tschüss, bis bald. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020